Das Land des Frostes. Alles in Shushire war gefroren durch die Macht von Sirius. Ein Gefängnis aus Eis, um die Flammen Dämonen zu binden. Doch im Eis begannen sich Risse zu bilden. Fürst Sirius befahl uns, den Frostkrieger zu finden, um gegen die zurückkehrenden Dämonen zu kämpfen. Wir haben dich gefunden. In Helden der Arena. Du hast dich in diesem Kolosseum aus Schmerz und Tod bewiesen. Nur du hattest die Kraft, Shushire vor dem Chaos zu retten. Wieder erwacht, versperrten die Dämonen bald ihre Truppen mit den Toten. Man musste sie aufhalten. Ich habe meine Rache tausend Jahre geplant. Nur um zerstört zu werden von diesem kleinen Rauch. Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Aber unserer Welt droht noch eine größere Gefahr. Folge dem Pfad des Lichts. Nutze deine Stärke und vertreibe die Dunkelheit aus dieser Welt. Maschinsperte. Ich hab die Dämonen vorge Hinzu. Und das ist die Dämonen.